Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Sytoxian Skyblog mit dem Sebastian und Millennia. Ja, warum machst du denn deine Brücke anders wie unsere? Hat das einen besonderen Grund? Ne. Möchtest du rebellieren oder? Ne, ich will nicht. Nur etwas anders haben. Ja, okay. Also mir ist das egal. Von mir aus kannst du das ruhig ein bisschen anders machen. Wird das schon wieder dunkel oder wird es hell? Ne, es wird dunkel, ne? Ja, wird. Ich kümmere mich gleich nochmal um den Kakao. Um den Kakao? Oh, man kann schon schlafen. Ich brauche... Ich will rebellieren. Nein. Ja, ja, nein. Nie. So. Okay, das haben wir. Hallo? Sind hier Monster? Monsters. 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 Die Mehrzahl von Monsters. 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 Aua, die haben mich gehauen. Au. Der schlagt zurück. Ja, das funktioniert. Au. Das mache ich auch immer. Wenn mich jemand beißt, dann beiß ich zurück. Ja, also ich beiß ja auch nicht. Das ist diese blöde Spinne. Spinne. Du hast Hunger. Wir brauchen mehr Fichtenholz, wie meine Brücke. Ja, okay. Ähm, irgendwie funktioniert diese Mobfarm einfach nicht. Da muss ich echt... Die Mobfarm stimmt. Genauso wie diese Schranke beim Resort. Ja, genau. Das ist ein Vergleich. Das kriege ich aber noch hin. Das werde ich noch hinbekommen. Irgendwann. Früher oder später. Und dann... Äh, Grünzeug. Da, genau. Ich brauche noch... Haben wir genügend Fichten heute noch? Das weiß ich nicht. Musst du... Musst du gucken. Ne, haben wir nicht. Nicht mehr. So. Und ich möchte ungern ein... etwas anderes benutzen. Uh. Warte, ich geh kurz zu spawnen. Hä? Ich geh mir kurz... Ficht... Fichtensetzlinge kaufen. Okay. Denn wir haben keine mehr. Okay. Wie viel kosten Fichtensetzlinge? 100. 10. 100. Wir haben keine Fichtensetzlinge? Das ist aber nicht so toll. Also diese Falle ist der absolute Mist. Das macht doch keinen Spaß. Ähm. Ähm. Ich pack das da mal rein. Und... Das auch. Okay. Ich hab mir jetzt... Fünf davon... Von den Fichtensetzlingen gekauft. Okay. Ich werd jetzt mal mit meiner Insel weitermann. Also hier... Der... In der Mitte ist das irgendwie alles voll zugewuchert. Mir hat da... Alles... Ich benutzt mal die Knorren. Ähm. Ich müsste eins tiefer. Ich müsste eins tiefer. Ich müsste eins tiefer. Wie komm ich denn eins tiefer? Mit Slaps, wie ich das auch getan hab. Mit Slaps? Ja. Wie kommt man mit Slaps eins tiefer? Äh. Du musst doch nur... Sachen machen. Ja genau. Du musst einfach nur Sachen machen. Nein! Oh! Aber auf der Insel gestorben. Hahaha. Oh, okay. Alles klar. Ich hab meine ganzen Sachen wieder. Zum Glück sind die nicht in der Erde verschwunden. Also wirklich Glück gehabt. Ich wollte eigentlich mich hier so rüberhangeln und versuchen den Block dagegen zu machen, dass der so nach unten gebloppt wird. Nein, das kann nur mit Slaps gemacht werden. Ich versteh dich immer noch nicht. Das kann man nur mit Slaps machen, dass die eins... Kannst du mir bitte helfen? Mit Slaps... Guck. Komm mal zu mir. Ja. Jetzt haben wir hier... Ja. Theorie mit dem Sebastian. Ja. Wenn man einen normalen macht und nach unten glickt... Ja. Wird es so. Ja. Und wenn man mit dem Slap unten glickt... Ja. Ja. Aber ich möchte gerne eine... Eins tiefer. Ich möchte gerne meinen nächsten Block da unter anbringen. Da unter? Ja. 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 Wenn ich... Entweder von da vorne anfange, mich hier hin baue, das dann wieder weg mache. Ne? Warte. 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 Ich hab doch. Ich hab genug. Okay. Dann gib mir mal. Aber warum? Was willst du denn machen? Ich sag's dir gleich. Ich sag's dir. Ich kann mich das selber da hinbauen. Ja. Von der Seite kannst du das wieder da machen. Ja. Das mach ich. Das krieg ich alleine hin. Ich bin schon groß. Das kann ich. Es wäre nur schön gewesen, das irgendwie zu umgehen. Also das nicht so machen zu müssen. Du kannst ja ab... wieder abbauen. Ja. Ist ja nicht so, als würdest du das nicht können. Nein, das krieg ich hin. Ich sag mal gucken. Ich sag mal mir hier die... das Holz. So. Oh, was für ein neckigerer Baum. Das wird nämlich die Grundlage meiner Insel. Eine... Kleine Insel. Eine... Sehr kleine Insel. Ja. Toll. Also dann hier lecken, das finde ich nicht so toll, ne? Ah ja, das ist echt doof. Bei mir ist das auch mal passiert. Der Korbel ist sowieso weg. Den kann ich eigentlich gleich so nach unten schmeißen. Den kann ich überhaupt nicht auffangen, weil ich gar nicht so nah ran kann an dem. Guck mal. So, ohne mich fest zu krallen, sammle ich voll viel ein. Ah. So. Wow. Oh, jetzt mein Spitzhacke kaputt. Brauchst du ne dir? Nö. 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 So was sollte man mir nicht geben. Ja. Glaub auch. Ja. Ich versuche einen Baum mit einer Tierpickel abzubauen. Ja. Könnte ein bisschen dauern, aber... Könnte ein bisschen bauen. Letztendlich... Geht's. Hallo, Monsters. Irgendwie komme ich trotzdem nicht mehr an die Monster ran. Jetzt bleiben die Spinnen oben hängen. Hm. Naja, war vielleicht alles doch nicht so toll. Und dann bräuchte ich auch noch Tropen, Setzlinge. Trope? Ja. Okay. So... Okay. Ja. Sehr schön. Ich hab' sie gleich gesehen. Die Spinnen einfach ums, aber... Nee. Na gut, okay, ich lasse es. Ich baue mir so eine richtig kleine, aber schnuckelige. Ja, okay. Und ich baue mehr Tropen. Hast du... Ja, ich glaube, wir haben sogar Tropensetzinger. Möglich, absolut möglich. Ähm... Geld einzahlen möchte ich gerne. Halt sie das. So. Nein, haben wir auch nicht. 3.100 haben wir jetzt. Ich glaube, 3.500 war die erste Erweiterung. Ähm... Oder 3.800? Keine Ahnung. Ich glaube, 3.800. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Also sind wir ja fast dran. Mal schauen. So. Ich baue so eine Riesenbrücke. Platzen, nutzen. Soll ich dir hier wieder einen Fichtenbaum hinstellen? Äh... Mach das ruhig. Ich hab da mal ein paar Sätzlinge eingesammelt. Von meinen Fichten? Ja, von deinen Fichten. Von deinen Fichten. Klingt irgendwie so wie ein Song. Äh, warum kriege ich denn keine Samen? Was soll denn das? Weil ich... beim Weizen. Ja, es ist mir auch mal passiert, dass... die Elfers geizig waren. Ja, also ich meine einmal, ja, okay, lass ich mir gefallen, aber... äh, gleich bei 2 finde ich ein bisschen... ein bisschen arg. Ich wär fast runtergeflogen. Naja, lass das. Das ist nicht so gut. Sprech da aus Erfahrung. Wenn du's sagst, kannst du ja nur stimmen. Ja. So. Ich hab hier so viele Sachen in meinem Ende, in Teil dafür ist es traurig, wenn ich jetzt sterben würde. Achso. Ich wollte jetzt mal den Stein wegmachen. Und... Warte, ich baue mir kurz ne... Werkbank. Das lassen wir alles da. Dann baue ich mir auch noch Stixis. Ich guck mal, ob oben die... Achso, jetzt wird's schon wieder dunkel, ne? Geh ich nicht aufs Dach. Dann baue ich hier halt wieder Kakao ab. So. Brauchst du noch Tropenholz zum Dekorieren? Äh, im Moment nicht, ne. Ne, das ist gut, denn ich brauch das für meine Treppe. Okay. Ich meinte, für meine... So. Es wird dunkel, ich würde jetzt mal eben schnell schlafen. Und dann kümmere ich mich... Und wie sieht meine Brücke schon aus? Äh, ja, gut. Ich bin erst im Bett. Du hast so ein Brot in der Hand und ich... Du ein Keks. ...in meiner anderen Hand. Huch. Gott sei Dank war da Zaun, sonst wäre ich jetzt wieder runtergeflogen. Wo? An der Brücke. An welcher? Na, an der Brücke... ...zur, äh... Brücke. Zur Farm. Mob Farm. Farm. Farm halt. Ja, ich hab schon kapiert. Gut. Na, 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 na. Hier ist ganz schön was los. Ganz schön Getöse. Eine ganz schöne Fritteuse. Das passt sogar vom Platz her. Wurde ich sagen. So. Ein Riesenbaum. Ich hasse ja Riesenbäume, ne? Ich mag Riesenbäume. Da kann man so gute Baumhäuser bauen. Ja. Das Problem ist nur, dass das eben so lange dauert mit dem Abbauen. Das finde ich immer so ein bisschen nervig. So, ich brauch unbedingt mit Tropenholz. Was brauchst du? Äh... Nix. Nix? Ich hab jetzt das ganze Tropenholz zu Zäunen gemacht. Oh, okay. Hauptsache, wenn es mir hilft. Ich hoffe, ich hab jetzt hier alles erwischt. Naja, anscheinend nicht. Ist das ein anderer Baum? Ja, dann kommt man einen anderen Baum hier. Ich kann grad sagen, das ist ja voll viel noch. Da hält noch was. Okay. Und da auch noch. Oh, mein, ich komm nie wieder runter. Und ich glaub, ich werd erst paar Tundert von Seasoxien mit meiner Brücke fertig. Obwohl die ganz schön cool aussieht. So wie ich sie in Erinnerung hab. Also wie ich sie mir vorgestellt hab. Das ist auch schon der Nächte. Warum hier? Na gut, okay, dann... Ich geh gleich noch mal zu den Shops, um mir Fichtentruppensetzlinge zu kaufen. Äh, haben wir doch, oder? Nein, haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr? Ja. Wo sind die hin? Setzlinge sind unsere Mangelware. Das ist ja echt ein Ding. Normalerweise hat man die doch immer über. Außer man hat, äh, mal einen Dschungel gefunden. Okay. Das und das. Diese Monstergeräusche sind irgendwie voll eklig. Nein, ich brauch... Muss doch nicht mehr gehen. Nein. Meine Brücke ist fertig. Na, Glückwunsch. Aber jetzt muss sie nur noch abgesichert werden. Mit Slaps. Da nehme ich am besten auf wieder Fichten. Sieht ja interessant aus. Was? Deine Brücke. Soll das eine Beleidigung sein? Nein. Sonst hätte ich gesagt... Hm. Deine Brücke sieht ja wirklich... Toll aus. Nein. Ich finde, die sieht wirklich nett aus. Das hat was. Das war ja was anderes. Hä. Ein Apfel. Ha. Ich... Oh, da ist noch ein Apfel. Ich hab viele Äpfel. Und Setzlinge. Und jetzt will ich aber nicht mehr. So. Okay. Ich brauch wirklich doch noch mehr Fichtenholz. Hier ist noch eine Fichte gewachsen. Ne, Tropen. Ach so. Ich, äh, spreche mich immer. Davon kaufe ich am besten auch gleich wieder Fünf. Mhm. Denn dann kann ich... Dann... Frieden... Sinn... Ich finde meine Logik. Äh, ich hab dich, äh, gar nicht verstanden, muss ich zugeben. Also irgendwie. Hab ich grad nicht so ganz kapiert, was du wolltest. Ähm. Aber hab ich denn jetzt das blöde Schwert reingepackt? Hab ich da reingepackt, ne? Äh. Mal versuchen, was noch mal. Es ist so voll hier. Ha. Mal schön alle treffen und dann hoffen, dass der Creeper hochgeht. Tropen. Creeper, wo bist du? Geh hoch, los. Mach das Ding leer. Ich komm dann mal wieder. Mhm. Oh, da ist ja sogar schon wieder eine Fichte gewachsen. Schön. Na, Creeper zischen immer ordentlich, aber passieren tut dir nix. Öff, ganz schön. Ui. Ja, Tropenholz. Es hat aber laut gezischt. Die blöden Spinnen sind nervig. Au. Weil die hauen mir jedes Mal eins rüber, wenn die von oben sich runterfallen müssen. Ach ja, das ist bei mir auch immer. Spinnen nervig. Au, Mist. Ding. Au. Mist. Du sagst die Hauptsache, wie es ist? Ja. Du lässt dich nicht einfach schlagen. Nein. Ich hab hier noch drei weitere Satzfänge, die ich in die Schule packe. Okay. Denn ich hab jetzt genügend. Alles klar. Aber nicht genügend Sticks. Hm. Stiggi. Stiggi. Hallo. Wurde mein Zuhause? Nein. Okay. Ähm. Ach, ich bin grad so ein bisschen arbeitslos. Bei meiner Insel will ich eigentlich noch gar nicht wirklich anfangen. Ich wollte eigentlich erst hier so die Farminsel in Gang bringen. Und eine Erweiterung kaufen und so. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt dann einfach zwischen den Parts nochmal schauen, dass wir vielleicht mal richtig durchstarten. Ja, die Monsterfalle vielleicht nochmal umbauen, damit die richtig funktioniert. Das würde ich aber wahrscheinlich dann echt, ähm, offscreen machen. Okay, äh, ich hab hier. Ich bin fertig. Du bist fertig. Ja, äh, ich hab mir nur kurz. Ja, das sieht aber so, die ist aber klein, die Brücke. Och man, ich hab verkackt. Die ist schon ein bisschen kürzer als unsere, ne? Ja, die hat wohl den Kürzeren gezogen. Ja, entweder machst du noch ein bisschen länger oder lässt du so, das ist ja egal. Ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal, ähm, den Part beenden. Ich werde jetzt, ähm, mal schauen, dass ich mir nochmal, äh, angucke, wie wir die Monsterfalle am besten hinbekommen, dass die etwas erstens effektiver und zweitens etwas sicherer wird. Und, ähm, genau, und dann schauen wir mal weiter im nächsten Part, ne? Was sich hier so verändert hat. Okay, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020